Hallo, ich bin der Olli vom BastiBus. BastiBus gibt es seit ungefähr zehn Jahren. Wir machen Holzarbeiten mit Kindern, fahren zu Schützenfesten, Kindergeburtstagen und machen verschiedene Events. Die Kinder basteln, schleifen mit Holz und feilen mit Holz und malen das dann bunt an und freuen sich dann ihr Werkstück mit nach Hause nehmen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020